Salam, wir sind in Wazazat und natürlich will ich zur Kasbah laufen von unserem Stellplatz aus. Zunächst musste ich aber erstmal an einem Haufen Hunger vorbei. Danach wird es aber wirklich schön. Seht selbst. Die Garten von Wawazat. Die Garten von Wawazat. Die Garten von Wawazat. Strecke 2 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit 6 Minuten 33 Sekunden pro Kilometer. Sackgasse. Jetzt ist es bekehrlich hier zu laufen. Ein unterirdischer Schacht. Wie soll ich jetzt aus sheer Daraon하하생 haben. Wie soll ich das hier übernehmen? W 真的 nur Abkommen? Das ist ja gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Zeit 19 Minuten, 50 Sekunden, Strecke 3 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit 6 Minuten, 37 Sekunden pro Kilometer. Training wird unterbrochen. Training wird wieder aufge... Training wird unterbrochen. Training wird unterbrochen. oldsüge. Was? 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 Es ist zu dunkel. Noch eine Sackgasse. 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 Ja. Training wird wieder aufgenommen. Sackgasse. Beklemmen. Sackgasse. Wow, das war cool. Das ist ein größtes Führerkonstruktion. Arbeiten Menschen. Ich frage mich, ob Bauarbeiter in Marokko sehr alt werden. Guten Morgen! Die Altstadt von Orsat. Bringst du Sonne mit? Ja! Eine schöne Altstadt. Aber erstaunlich viel repariert. Wir werden uns das nachher mit den Hunden anschauen. Das ist ein sehr schöner Wicht. Super, freu mich schon. Es gibt Kaki für die Leute. Und Kaffee. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Alle meine Läufe könnt ihr auf Instagram unter rogersfunruns sehen, wenn ihr mögt. Herzlich willkommen auch dort. Hier kommt ja, wie wir da sind. Alle meine Läufe drehen lassen sich die Läufe. Wir sind drauf. Dann kommt ja noch alle Beleute. Auch wenn sie bis dahinten hat. Das wird ein sehr wenig gefeinander. Ja, sondern das ist ein sehr gut aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017